willkommen zu einer weiteren folge making mit mir und so diesmal wollte ich mich beschäftigen mit den guy gui also ich würde sagen fangen erstmal hiermit an mit der hotbar das öffnen erstmal hier wieder mit und ja was gibt es besonderes zu sagen eigentlich nicht viel ich würde sagen wir machen das erstmal wie folgt wir wählen aus wir werden einfach nur alles aus hier ist jetzt nicht sonderlich spannend aber muss sein dann ich nehme die folge gerade im anschluss zur anderen folge auf da am samstag ein projekt starten wird nämlich ein das sage ich jetzt einfach mal ein team battle ja ein team battle ich mache da ich bin am team zusammen mit el nautico hoffentlich sind erfolgreicher als letztes jahr so jetzt ist die frage mit was machen wir in den innenraum ich würde sagen den machen wir mit den design machen ich proben was aus hier ein färben wir können den so rot machen das hätte eben hoch die helligkeit auch so ein bisschen erst ein kräftiges rot würde ich schon sache und dann machen wir halt hier die der kraft ist ob von der auswahl als von der auswahl muss die der kraft nicht so hoch dann dann gucke ich gerade mal farben schwellwert farben combo ist es sättigung ist jetzt blöd wenn man neue ebene wo wir und hier in der neuen ebene einfügen ja ist ja gut ok überhaupt nicht funktioniert also die tun erstmal geliebten geliebten sagt dann als nächstes welche farbe nehme ich hierfür ich würde eigentlich mit einem stühlen keine ahnung mit einem weiß vielleicht so richtig an der stelle so mit einem weiß oder doch ich denke mit einem weiß oder mit einem gelb aber gelb ist dann zu krass auf jeden fall wird es dieses texture pack für das team battle höchstwahrscheinlich vielleicht noch ein paar änderungen vornehmen ich jetzt ja egal ich hoffe euch gefällt dieses projekt auf jeden fall wenn ihr mit wieder drei minuten aufhalte zeit geht so schnell rum was also warum ich zurzeit so inaktiv bin ist da ich einfach in letzter zeit ein positives feedback krieg oder nicht viel also danke an die leute die mir regelmäßigen like geben oder mir schreiben konstruktive kritik natürlich ist immer wünschen bei mir ja da bin ich immer so ein bisschen froh drüber aber in letzter zeit ist hat nichts so in der art gekommen es hat mich so ein bisschen frustriert meine motivation war dann auch weg eigentlich da ja dann habe ich keine lust mehr wirklich viel was hochzuladen ja ich denke vielleicht wird es eine andere stehen ach nein sie schaut wohlfühlt aus und müssen zum leichten also den blau schaut schon gut aus gelb eigentlich auch mit dem leichten gelb ich sag einfach mal was machen wir so und dann nämlich ob es tschuldigung nehme ich jetzt immer mein stift in die hand machen wir von pixel und jetzt fahre ich hier alles nach ups aber das ist immer kacke man muss da regelmäßig immer so ein einmal aufhören ich nein das mache ich das blöd zack wieder mal kackt das könnte jetzt eine weile dauern ich denke jetzt mal im timelapse spule ich das vor dann sehen wir uns nach dem timelapse dann sehen wir uns dann So, jetzt haben wir hier das hier mal kurzfällig gemacht, dann bräuchten wir noch einen coolen Kontrast hierfür, das haben wir nochmal ganz kurz komplett nach, das kann ich aber auch kurz so machen, äh, zack, so, passt, ähm, dann nehmen wir mal kurz, zack, und machen die Farben, feinfärben, würde ich mal, nicht auf gelb, vielleicht auf lila, naja komm, jetzt lassen wir mal so, genau, ähm, das hier, würde ich hier, da machen wir auf jeden Fall eine andere Farbe draus, das gefällt mir überhaupt nicht. So, so, Farben, einfärben, Und die Helligkeit auf jeden Fall hoch, die Sättigung auf, und machen einen roten Farbton raus. So, ah, wobei vielleicht, der Farbton ist auf jeden Fall rot, Sättigung auf volle Power. Ohja, komm, lass probieren wir das. So, alles klar, ähm, das Last passt auch soweit, der passt glaub ich auch soweit, ähm, da fahr ich auch noch mal kurz innen drin nach. Ich, auswahl nichts, aber hier noch mal kurz, na, und dann mach ich noch mal kurz innen drin, sonst sehen wir uns gleich wieder. So, das war's, dann ob's eigentlich schon, äh, von diesem Video, ich könnte hier, würde ich noch gerne, weil mir der Grauton nicht gefällt, würde ich hier noch kurz das so reinklatschen. Passt überall, okay, dann machen wir hier noch eine bessere Farbe rein, ich würde hier, nein, das ist das ja cool, ähm, einfärben, hier würde ich dann passend dazu ein Blau machen, die Sättigung natürlich volle Power, und so, zack. Ist auf jeden Fall ein sehr farbiges, ja, Resource Pack, ähm, dann würde ich sagen, sparen wir das, wo gut geht's, ähm, Moment erst, ich empfehle es allen zuerst zu gucken, ob's, ups, fuck, 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 ups, das schließen wir mal ganz kurz. Ähm, hier drin, ja, ob's denn, ich hoffe, dass wir im richtigen sind, ob's das denn gespeichert hat, es sieht ja dann noch aus, sie hat's, also. Dann, tun wir noch mal kurz, bitte zu beschreiben, zack, weg, Änderung verwerfen, und dann würde ich sagen, wenn sie gewandert, lasst eine positive Bewertung da, und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und ciao. Bis zum nächsten Mal.